ARD Text im Auftrag von Funk Kann ich so wie im Wettkampf klettern? Einfach auch am Cerro Tore klettern? Es ist ein schwieriger Ort. Wir haben keine Chance auf dem Gipfel zu kommen. Alle Fälle der Natur sind präsent und evident. Sie arbeiten gegen dich. Für mich war klar, dass ich irgendwo über meine Grenzen raussteigen muss. Das war der Punkt, wo bei mir aus einem Sportkletterer Albinisch geworden ist. Das war's für mich. Du besser kennenzulernen, oder du werden sterben. Und das war's für mich wie im Wettbewerb. Und ich will den Weg bei mir und da deiner alten Gipfel. Für mich ist eine große Wettbewerb.